Die berühmt-berüchtigte Ark Sackgasse. So, welches Rätsel erwartet uns hier? Wollen wir noch mal schauen. Symbole? 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 Oh weia! Ich habe hier irgendwelche Muster auf dem Boden. Symbole von der Decke. Okay, woher soll ich diese... Wenn du da ein Placebo-Knopf bist. Und ich habe alle Placebo-Knopf dafür geklickt, dann kann ich dich irgendwie schon geklickt haben. Oder die Dinger oben drüber, die leuchten, verraten die das einem irgendwie? Manche von den leuchten, manche nicht. Habe ich in den Screenshots irgendwas dabei? Es sind keine verschiedenen Formen. Hm. Weil das eigentlich wird dann viele Kombinationen zum Ausprobieren. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ich stelle hier überall leuchtende Dinger ein, das ist mir auch okay. Okay. Ah. Das sind aber, warte mal, nicht 1, 2, 3, 4, noch sind 5. Oh, warte, wenn ich 1 betätige. Doppelspule. Doppelspule. Einfachspule. Doppelspule. Okay, die beiden da unten scheinen unabhängig von dem zu sein. Ich hätte, wenn ich das hier drehe, dann verstelle ich das da. Wie sehe ich, wie die miteinander verbunden sind? So, das da, verstellt das da. Das da, verstellt das da. Und das da, oder? Ne. So, das da, verstellt das da. Das da, verstellt das da. Das da, verstellt das da. Und das da, verstellt das da. Ne, warte mal. Wenn ich hier jetzt drehe, warte, ich habe jetzt da drei Doppelspule, komischer Kreis, drei Lampen, Dreieck, Querding. Oh, der verstellt den und den und den anscheinend. Ne, warte. Verstellst du den da unten auch? Ne, den lässt du in Ruhe. Das heißt, du verstellst dich und den hier unten. Okay, das heißt, ihr drei verstellt euch so. Verstellst den Kandidaten da drüben. Die Binde bitte lässt du in Ruhe. Da oben, also du verstellst wahrscheinlich nur die anliegenden Nachbarn. Das heißt, der verstellt den und, äh, der verstellt dann wahrscheinlich den hier und den da oben. Mhm. Genau. So, ich muss diese fünf Querarbeiten gehen kriegen. Das heißt aber, warum verstellst du dann? Du verstellst den. So, das heißt, du bist das. Das heißt, du müsstest dich unabhängig von dem hier drehen lassen. Nein, scheiße, der dreht sich davon mit. Warte mal, beeinflusst der immer drei insgesamt? Ja, ich beeinflusse immer drei. Okay, wenn ich den da habe, beeinflusse ich die drei hier unten. Okay. Okay, das war jetzt mein Glück jetzt vollstand. Ich war einfach noch am drehen, wie es passen müsste. Na gut, Ark complete. Äh, fuck it. Das Ding hier oben haben wir schon mitgenommen. Tja, die Tür. Ich hätte gerne einen Speicherpunkt, das wäre echt super. Und so, in diesem Gang war ich auch schon länger nicht mehr. Remember to scan, ja, ja, genau. Äh, wie ging es hier nochmal in die Mitte? Da kommen wir zur Lampe. Okay, das Ding habe ich auch mitgenommen. Da war ich mir nämlich nicht sicher, ob ich beim ersten Rätsel das Teil mitgenommen habe. Aber haben wir. Hier. Die Dinger sind immer noch zu. Da geht es dann immer zur Mitte. Speicherpunkt, Speicherpunkt. Ich hätte gerne einen Speicherpunkt. Okay, dann nicht. Tschüss, ich gehe woanders lang. Wenn ich einen Speicherpunkt hätte, wäre ich schon gleich viel mutiger. Außer natürlich, es spielt die Dinger jetzt entfernt. Das wäre aber ein richtig Arschloch. Wow, einmal im Kreis gelaufen. Praktisch. Das Quadrat ist praktisch ungut. Hier wurden die ganzen Speicherpunkte. Wo sind sie? Okay. Und jetzt. Da geht's. Access gate control status. Activate comlink switches. Tja, jetzt bin ich ratlos. Timer reset. Thank you. Nyaaah. Wo kommt man? Allbound raw data feed. Daily ingest log. Bulk prisoner order 2.099. Rooting trace. 130. Solitary intelligence testing. Neural network division. Pass. 131. Intelligence testing. Genome division. Fail. 132. Solitary intelligence testing. Neural network division. Fail. 133. Intelligence testing. Genome division. Fail. 134. Intelligence testing. Genome division. In progress. 135. Dead on arrival. Transferred to neural network division. 136. Intelligence testing. Genome division. In transit. 137. Solitary intelligence testing. Neural network division. Fail. End von Ballcorder 2.099 Geht's nicht bei dem Toten weiter? Wo schnutt dieses Vieh jetzt eigentlich rum? Jetzt machen wir noch die große Frage, welche Kombination dazu gehört? Eigentlich ist es besser auf der Suche nach einer sechsstelligen Kombination für irgendwas. Ich habe keinen Bock jetzt 6 hoch 10 verschiedene Möglichkeiten durchzugehen. Because of reasons. Okay, das Vieh ist ja noch irgendwo unterwegs. Die Frage ist nur wo. Da. Ich habe es gefunden. Wer möchte es haben? Ich habe etwas abzugeben. Ich mag es nämlich nicht. Es mag mich nämlich auch nicht. Ich hätte hier irgendwo ein Data Access Ding übersehen, weil wir diese schwack direktstellige Kombination haben. Hm. Okay, irgendwie bin ich jetzt so im Kreis gelaufen, dass ich selber keine Ahnung mehr, wo ich bin. Hm. Ach so, das ist die... argische Sackgasse hier. Hä? Ach nee, hier sind wir. Ist hier doch irgendwelche Data Access Dinge? Die wir noch nicht gefunden haben? Also von den Dingern findet es immer auch noch eins. Muss ich nach jedem Scheiß teilweise Ausschau halten. Also hier beim Toten. Ich habe beim besten Weg keine Ahnung, wo wir sechsstellige Kombinationen jetzt herkriegen sollen. Ich glaube das hatten wir aber schon mal den Data Access Port. Das war der erste den wir gelesen haben. Jetzt habe ich von dem auch einen Screenshot. Das ist schön, oder? Sammel Data Access Port Screenshot. So, was ist Ihr Hobby so? Oh, keine Ahnung. Ich sammle Briefmarken. Ein Hobby ist viel gefährlicher als Ihrs. Und ich suche noch diesen komischen Ding an der Wand, wo ich noch so einen Schaltkreis klauen kann. Hm. Hm. Ich hoffe es auch die Notbeleitung hier ist angegangen. Das hatten wir ja schon. Die Zung 3, 4, 5, 6, 7, 8, 19, 11. Der Zung 3, 4, 5, 6, 7, 8, 19, 11. Ich habe die Zung 3, 4, 5, 6, 7, 8, 19, 11. Aber ich bin sicher, dass du das gedacht hast. Das ist nur meine Frage. Aber es ist möglich, dass es eine andere Entry-Method gibt, so dass nicht zu viele Potenzial-Use-Personalitäten zu verlieren. Aber ich möchte mich nicht mehr wissen, dass die Location. Was ich nicht für Sie in D-Track ist, ist die Perch-Array der beste Platz, oder ist es eine Daten-Size-Issue? Ich weiß, das ist unsere größte, solide Datenbank. Merori verliert einfach die Potenzial-Use-Data, aber ich bin sicher, dass du darüber nachdenkst. Ich habe nur meine Gefahr. Aber es ist möglich, eine andere Entry-Method zu geben, so dass nicht zu viele Potenzial-Use-Personalitäten zu verlieren. Dr. Pierce. Okay, jetzt geht es um die Leute, die wir alle gepurcht haben. Das hatten wir ja schon mal. So nehme ich mal an, dass es dort wahrscheinlich irgendwo weitergeht. Moment. Timer reset. Danke. Vielen Dank. Ich bin da. Ich bin da. Ich bin da. Das ist ja schon mal. Ich bin da. Ich bin da. Ich bin da. Bis zum nächsten Mal.